Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Online-Videokurs Nachhaltigkeit in der Ernährung. Viele Menschen sind heutzutage verunsichert, was sie am besten essen sollen. Zu unterschiedlich sind die Ernährungsempfehlungen, die man in Büchern, in Zeitschriften, im Radio, im Fernsehen oder auch im Internet bekommen kann. Dabei hat Essen einen hohen Stellenwert in unserem Lebensalltag. Es spielt eine große Rolle für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden sowie für die Umwelt und andere Menschen weltweit. Ein Nachdenken über Ernährung ist daher sinnvoll und auch dringend erforderlich. Denn unsere Welt steht vor großen globalen Herausforderungen. Dazu gehören der Klimawandel, die Armut und die Unterernährung, das Artensterben, Wassermangel, aber auch die Existenzgefährdung von kleinen und mittleren Betrieben sowie ernährungsmitbedingte Krankheiten, um nur einige zu nennen. Die Zukunft der Menschheit ist gefährdet. Unser Ernährungsverhalten und die heutige Art der Nahrungsversorgung tragen wesentlich zur Entstehung dieser globalen Herausforderung bei. Das Ernährungsverhalten kann aber auch bei entsprechender Ausrichtung zu einer Lösung beitragen. Wir betrachten die Auswirkungen der Ernährung in fünf verschiedenen Dimensionen unter dem Leitbild der Nachhaltigkeit. Diese Dimensionen sind die Umwelt, die Wirtschaft und die Gesellschaft sowie die Gesundheit und die Kultur. Dabei beziehen wir regionale, nationale und weltweite Aspekte in die Betrachtungen ein. Außerdem betrachten wir alle Stufen der Nahrungsversorgung, das heißt von der Landwirtschaft einschließlich ihrer Vorleistungsproduktion, die Verarbeitung, den Handel und schließlich auch die Zubereitung und die Abfallentsorgung. Die Ernährung wird somit als komplexes System verstanden. Als Beitrag zu den Lösungsmöglichkeiten der Herausforderungen haben wir im Bereich Ernährung sieben Grundsätze für eine nachhaltige Ernährung erarbeitet. Dabei lag uns schon immer die Umsetzung in den Alltag am Herzen sowie die Praxisnähe und die Verständlichkeit auf Verbraucherebene. Die Ziele, die wir mit dem Online-Videokurs verfolgen, sind erstens Zusammenhänge zwischen der Ernährung und den globalen Herausforderungen aufzuzeigen und zwar in den genannten fünf Dimensionen einer nachhaltigen Ernährung. Zweitens wollen wir die komplexen Vernetzungen sensibilisieren und ein erweitertes Verständnis dafür wecken. Hierbei verstehen wir uns weniger als Spezialisten auf den verschiedenen Gebieten, sondern mehr als Generalisten. Folglich wollen wir uns nicht zu sehr auf einzelne Details fokussieren. Wir erheben also keinen Anspruch auf Vollständigkeit, um die Überschaubarkeit und den Gesamtumfang des Online-Videokurses in Grenzen zu halten. Drittens, unsere übergreifende Intention ist, einen Beitrag zur Transformation der Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit zu leisten. Wir wollen hiermit die Umsetzung der Nachhaltigkeitsentwicklungsziele der Vereinten Nationen fördern. Gleichzeitig gliedern wir uns damit in das Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung der UNESCO ein. Viertens, ganz praktisch wollen wir Veränderungen des persönlichen Ernährungsverhaltens und des Lebensstils insgesamt anregen. Schließlich zeigen wir Orientierungsmöglichkeiten für die Verantwortlichen in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik auf, damit sich diese für förderliche Rahmenbedingungen einsetzen. Denn die Verhältnisse, in denen wir leben, haben entscheidenden Einfluss auf unser individuelles Verhalten. Mit diesem Online-Videokurs wollen wir ein modernes, audiovisuelles und interaktives Medium zur Verbreitung unserer Konzeption nachhaltiger Ernährung nutzen, nachdem wir in den letzten vier Jahrzehnten zahlreiche klassische Medien wie Bücher, Buchbeiträge und Zeitschriftenartikel publizierten. Eine Auswahl davon wird nachher auf dem Büchertisch zu sehen sein. An welche Zielgruppen richtet sich nun dieser Kurs? Erstens an Multiplikatoren und Multiplikatorinnen aus verschiedenen professionellen Bereichen. Zweitens Berufstätige in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Medien. Drittens an Studierende aller einschlägigen Fachrichtungen an den deutschsprachigen Hochschulen. Und wenn es interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher gibt, die sich den Kurs anschauen wollen, würden wir uns natürlich ebenfalls freuen. Zum Aufbau des Online-Videokurses. Er besteht aus 18 Lerneinheiten, jeweils in der Länge von 30 bis 45 Minuten Laufzeit. Einzelne Einheiten sind auch länger. Jeweils zwei Einheiten bilden eine von den neuen enthaltenen Doppel-Einheiten. Als erste Doppel-Einheit gibt es eine Einführung in unsere Konzeption, sowie ein Überblick über die globalen Herausforderungen, vor denen wir als Menschheit stehen. Die Nummer zwei vertieft den Klimawandel und die Welthungersituation. Die weiteren Doppel-Einheiten, drei bis neun, umfassen jeweils einen der sieben Grundsätze für eine nachhaltige Ernährung. Zu jeder Lerneinheit sind zu Beginn drei Lernziele formuliert und zum Ende die wichtigsten Kernaussagen zusammengefasst. Außerdem haben wir je drei Vertiefungsaufgaben für Sie vorbereitet, um Ihnen Anregungen zu geben, wenn Sie sich tiefer mit der Thematik auseinandersetzen wollen, dann können Sie diese Vertiefungsaufgaben nutzen. Zu jeder Lerneinheit gibt es auf unserem YouTube-Kanal einen kurzen Teaser, in dem Sie vorab die Lernziele, die Gliederung und die Kernaussagen zu Ihrer Orientierung anschauen können. Zusätzlich sind die 18 Teaser in einem Übersichtsvideo aller Lerneinheiten zusammengefasst. Die in den 18 Videos gezeigten Folien sind vollständig als PDF-Datei downloadbar. Am Ende dieser 18 Einheiten finden Sie jeweils die verwendete Fachliteratur auf Extrafolien, viele mit aktiven Links. Die Literaturfolien selber werden jedoch innerhalb der Videos nicht gezeigt. Zusätzlich stehen aber alle Literaturangaben in einer Gesamtdatei zum Download bereit. Bei einigen Lerneinheiten sind auch weiterführende Quellen und Links angegeben. Zwei Bücher, die wir selber verfasst haben, wollen wir besonders erwähnen. Wir haben einmal das Buch Vollwerternährung geschrieben. Das ist dieses Buch. Das ist von uns drei Autoren verfasst, nämlich in der Reihenfolge Karl von Körber, Thomas Mendel und Klaus Leitzmann, noch in unserer Zeit an der Universität Gießen. Dieses ist ein wissenschaftliches Grundlagenwerk, hauptsächlich geschrieben für Fachleute und Multiplikatoren sowie Studierende, erschienen im Haug Verlag in Stuttgart. Dann haben wir ein sehr verbraucherfreundliches Buch geschrieben. Dieses trägt den Titel Nachhaltig genießen, Rezeptbuch für unsere Zukunft. Dieses ist entstanden zusammen mit Hubert Hohler, der über 100 leckere und nachhaltige Gerichte eingebracht hat als Chefkoch. Dieses Buch ist erschienen im Trias Verlag in Stuttgart. Ferner möchte ich Ihnen drei Bücher nennen, die für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren geschrieben sind, wo wir jeweils einen Buchbeitrag geliefert haben. Das ist das Buch Ernährungsökologie, komplexen Herausforderungen integrativ begegnen, von den Autorinnen Hoffmann, Schneider und Leitzmann, erschienen bei Ökom in München. Weiterhin das Buch Nachhaltige Ernährung lernen in verschiedenen Ernährungssituationen, Handlungsmöglichkeiten in pädagogischen und sozialpädagogischen Einrichtungen. Verfasst von Schokomöhle und Stein als Herausgeberinnen. Klinkart Verlag in Bad Heilbrunn. Und schließlich noch das Buch Regional, Innovativ und Gesund. Nachhaltige Ernährung als Teil der großen Transformation. Herausgeber sind Engler, Stengel und Bommert. Im Verlag Vandenhoek und Ruprecht in Göttingen. Zusätzlich wird ein vertiefender Blog im Internet eingerichtet. Dies ist eine Plattform für die interaktive Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Themen unseres Online-Videokurses. Hierüber können Sie sich mit anderen Zuschauerinnen und Zuschauern austauschen, diskutieren und auch vernetzen. Zentrales Element dabei sind die Vertiefungsaufgaben jeweils am Ende jeder Lerneinheit. Die Einrichtung des Blocks erfolgt in Kooperation mit dem Nahhaft e.V. bzw. dem Nahhaft-Institut für nachhaltige Ernährungsstrategien. Diese moderieren ein Netzwerk junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem mit dem Think Tank Thought for Food. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie weitere Informationen zu diesem Blog. Nun zu den Trägerinstitutionen des Online-Videokurses. Wir haben erfreulicherweise mehrere einschlägige Institutionen im Bereich Nachhaltigkeit, die die Trägerschaft übernommen haben. Dafür möchten wir uns ausdrücklich und herzlich bedanken. Erstens ist das der Verein für Nachhaltigkeit mit Sitz in Freising. Er besteht aus Aktiven, aus Wissenschaft, Medien, Politik und Zivilgesellschaft. Sein Ziel ist die Stärkung der Nachhaltigkeit und die Bildungsarbeit in allen gesellschaftlichen Bereichen. Besonderer Dank gilt dem Vorsitzenden Dr. Joachim Hamberger für seine wohlwollende Hilfe sowie den weiteren Vorstandsmitgliedern Wolfgang Thoma, Prof. Markus Vogt und Gerd Rote. Bene München e.V. ist der zweite Träger. Das ist ein regionales Kompetenzzentrum zur Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung von der United Nations University akkreditiert und ausgezeichnet. Ganz besonders möchten wir uns bei dem BNE-Referenten Thomas Schwab für seine tatkräftige Unterstützung bedanken sowie beim gesamten Vorstand, namentlich bei Annette Rinn. Drittens ist das Rachel Carson Center for Environment and Society zu nennen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dieses ist ein internationales, interdisziplinäres Zentrum für Forschung und Bildung in den Umwelt- und Sozialwissenschaften. Vielen Dank an den Direktor, Prof. Christoph Mauch, für die Ermöglichung einer Lehrveranstaltung, die auf diesem Online-Videokurs beruht. Schließlich die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, wo dieser Online-Videokurs ebenfalls in die Lehre eingebunden wird. Wir bedanken uns bei Frau Prof. Ingrid Hemmer für ihr Engagement. Ich möchte Ihnen jetzt gerne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Projekt vorstellen. Tatkräftig mitgewirkt haben vor allem Nadine Bader und Julian Waldenmeier. Sie werden die beiden auch in den Lerneinheiten erleben. Nadine Bader hat 2013 in einem Praxissemester in unserer Arbeitsgruppe begonnen und ist seit 2014 Mitarbeiterin. Sie schloss ihr Bachelorstudium in Ökotrophologie an der Hochschule in Fulda ab und studiert derzeit den Masterstudiengang Public Health Nutrition ebenfalls in Fulda. Julian Waldenmeier ist seit 2015 Mitarbeiter unserer Arbeitsgruppe. Er hat zunächst sein Bachelorstudium in Biochemie und 2016 sein Masterstudium in Nutrition and Biomedicine an der Technischen Universität München absolviert. Außerdem hat Stefan Haupt bei einigen Lehreinheiten mitgearbeitet. Er war von 2011 bis Herbst 2016 Mitarbeiter unserer Arbeitsgruppe. Er hat sein Bachelor- und Masterstudium an der TU München abgeschlossen und zwar in der beruflichen Bildung in der Fachrichtung Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften. Zu meiner Person, ich bin Dr. Karl von Törber, habe an der Universität Gießen in den 1970er Jahren Ökotrophologie bzw. Haushalts- und Ernährungswissenschaften studiert. Schon damals habe ich mich in studentischen Arbeitskreisen über die gesundheitlichen Aspekte hinaus mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Bezügen der Ernährung beschäftigt. Anschließend war ich etwa 20 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Ernährung in Entwicklungsländern bzw. Ernährungsökologie von Professor Klaus Leitzmann am Institut für Ernährungswissenschaft der Universität Gießen. Seit 1998 habe ich in München das Beratungsbüro für Ernährungsökologie aufgebaut. 16 Jahre war ich als Initiator und Leiter der Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernährung an der Technischen Universität München-Weinstephan aktiv bis zum Jahr 2014. An diversen Hochschulen im deutschsprachigen Raum führte ich Lehraufträge zur nachhaltigen Ernährung durch, außerdem zahlreiche Vorträge und Fortbildungen für Multiplikatoren und auch für Verbraucherinnen. Schließlich noch einige Danksagungen. Wir bedanken uns vielmals bei mehreren Stiftungen, die dieses Projekt ermöglichten. Die Ehen Stiftung, die Werner und Elisabeth Kollert Stiftung und die Bodenhausen Stiftung. Ferner sagen wir Danke bei vielen weiteren Personen und Institutionen, die zum Gelingen beigetragen haben, unter anderem durch wertvolle inhaltliche Rückmeldungen und auch durch Anregungen zur Gestaltung des Online-Videokurses oder auch durch kostenlose Bereitstellung von Abbildungen und Fotos. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei unserem Filmteam Bettina Pelzer und Heinz-Albert Staubitz von der Walk of Rain Pictures and Academy aus München. Sie haben für eine sehr angenehme und wertschätzende Atmosphäre bei den Videodreharbeiten gesorgt und haben viel Geduld und Feinfühligkeit gezeigt. Danke auch an Wolfgang Thoma für die Vermittlung zu diesem Team. Zum Abschluss wünschen wir Ihnen im Sinne der Nachhaltigkeit eine spannende und fruchtbare Auseinandersetzung mit unserem Online-Videokurs. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.